Im Black Mifu Kong gibt es extrem geile Gegenstände, die man früh im Spiel bekommen kann und sogar noch spät in Akt 5 und 6 spielt, weil sie extrem gut sind. Wo man sie herbekommt, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Servus Gaming Freunde, willkommen zum nächsten Video. Heute schauen wir uns mal ein paar Gegenstände, aber auch Waffen an, die man früh im Spiel bekommt und die einfach verdammt stark sind. Gerade Raritäten kann man früh im Spiel bekommen, die super Vorteile bringen und die sogar ich noch in Akt 6 spiele, weil sie ja verdammt gut sind. Die Gurde möchte ich euch zeigen mit verschiedenen Mixturen, die euch auch im Spiel weiterbringen. Mana zurückgeben, die euch einfach helfen und wir werfen auch einen Blick auf die Waffen, die sich lohnen herzustellen, wo man gute herbekommt. Gerade in Akt 2, Akt 3 und Akt 4, um einfach gut voranzukommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Bleibt auch gerne mit einem Abo dabei. Werden noch einige Videos in der Zukunft rauskommen. Sind auch schon viele draußen. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Ich beginne mit drei super nützlichen Raritäten. Die haben mich in der Story massiv weitergebracht und man bekommt sie richtig früh im Spiel. Und ich spiele sie in Akt 6 immer noch, weil sie einfach verdammt gut sind. Nummer 1 sind die Katzenaugenperlen. Erhöhen die kritische Trefferchance und zwar um 3%. Wer jetzt sagt, 3% sind nicht viel. Es macht einen massiven Unterschied, ob man krittet oder nicht. Das habe ich auch gerade bei den ganzen Boss-Guide-Videos gemerkt. Wenn ich da mehrere Versuche hatte, geschaut habe, wie läuft es am besten und man hat oft gekrittet, dann war der Boss einfach deutlich schneller tot. Man hatte gewisse Phasen dann einfach schneller erreicht, wo man ihnen dann weiter Schaden drücken konnte und das lohnt sich. Gerade wenn man dann zum Beispiel schon mal in Akt 3 unterwegs ist, in Akt 4, da kann man schon Richtung 25% kritische Trefferchance kommen. Und das bedeutet, wenn man es so umrechnet, grob, jeder vierte Treffer kann eben kritten. Und ihr seht es bei mir, der Krit-Schaden auf der rechten Seite ist 140%, wobei man sagen muss, 100% ist der Normaltreffer. Und beim kritischen Treffer wird eben dann nochmal 40% draufgerechnet. Und so hat man natürlich auch nochmal mehr Schaden. Wie man gerade noch von 19 auf 24% seinen kritischen Treffer, seine Chance erhöht, das zeige ich euch gleich. Das bekommt man auch ganz am Anfang in Akt 2. Das ist wirklich genial. Und eine hohe kritische Trefferchance sorgt einfach dafür, dass die Bosse dann schneller tot sind. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen zu spielen. Spiele ich wie gesagt immer noch in Akt 6 und das Ding bekommt man in Akt 1 und zwar bei diesem grünen Boss. Was ein bisschen schade ist. Scheinbar ist es so, ich habe es von euch in den Kommentaren gehört, dass wenn man diesen grünen Boss nicht am Anfang macht und ich glaube den goldenen Kopf macht oder eben Akt 1 glaube ich abschließt, dass er dann irgendwie verschwindet. Und dann verpasst man leider diese Rarität, weil dieser Boss das Ganze eben droppt. Übrigens, den Schrein, den ihr ansteuern müsst, ist eben außerhalb des Waldes. So heißt er, da ist der Kollege auch im Hintergrund abgebildet. Und ja, wer den gekillt hat oder noch die Möglichkeit hat, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wer Probleme hat bei dem Boss oder allgemein bei Bossen bis Akt 3, habe ich aktuell schon Videos hochgeladen. Kurze Boss Guides, wie ich vorgegangen bin, um die Bosse einfach kurz und easy zu besiegen. Die zweite Rarität, die ich sehr gerne benutze, ist das Tiger Hufu. Erhöht den Angriff bei erfolgreichen Treffern mit der leichten Angriffskombo beträchtlich. Das sind 8% mehr Schaden. Wenn man mit leichten Angriffen eben angreift, kommt es zu diesem Erhöhungs-Buff von 8% und der hält eben für kurze Zeit an und das ist schon wirklich ordentlich. Gerade cool bei kleinen Gegnern, aber auch sehr, sehr nützlich bei großen Gegnern, wenn man da 8% eben mehr Angriff hat. Und das Krasse, dieses Tiger Hufu bekommt man schon in Akt 2, wirklich ganz früh im Spiel. Und ich zock's eben in Akt 6 aktuell immer noch. Ihr bekommt es im geheimen Gebiet. Es ist ein bisschen versteckt hinter einer Quest. Und zwar, wenn ihr bei der Windruhebene seid, dann könnt ihr geradeaus durchlaufen und dann kommt ihr hinten zu einem Schwein. Mit dem könnt ihr eben interagieren. Damit das auch wunderbar funktioniert, müsst ihr seinen Kater beseitigen. Und das geht folgendermaßen. Ihr geht zum Sturmwindversteck. Dort einfach geradeaus durchlaufen in so eine kleine Bucht rein. Und ganz hinten gibt es eben einen Händler. Der ist noch nicht freigeschaltet. Man schaltet ihn wie folgt frei. Und zwar, wenn man weiter nach oben im Gebiet auf der linken Seite in der Höhle geht, gibt es hinten einen Boss, den man besiegen kann. Und dort bekommt man ein Material raus. Mit diesem Material geht man wieder zu dem Händler. Er erwacht. Man kann ihn besiegen. Es ist so ein Miniboss. Und danach rastet man einmal, geht nochmal zu ihm hin. Und man kann unten eben diesen Gegenstand kaufen, um diesen Kater vom Schwein zu entfernen. Man geht zum Schwein, gibt das Ganze ab. Danach geht es dann zum Verzweiflungstal. Dort kann man unten auf der linken Seite, wenn man reinläuft, einen Rattenboss töten. Der gibt einen ein Goldstück. Wenn man dort weiter nach hinten rechts läuft, dann kommt man irgendwann zum Tempeleingang. Und wenn man dort auf der rechten Seite hochläuft, sitzt das Schwein. Man gibt da eben dieses Goldstück ab. Man zeigt es dem Schwein. Und danach geht man dann wieder zur ersten Position oben bei der Windruhebene. Und es steht jetzt mal auf der rechten Seite, das Schwein greift einen an. Wenn man es besiegt hat, kann man hinten in das geheime Gebiet rein, dort einfach weiterlaufen. Und da wartet ein Tigerboss auf einen. Und wenn man den besiegt, bekommt man dann eben das Tigerhufo, die Rarität. Als drittes benutze ich die Maitreas-Kugel. Wenn ich sie richtig ausgesprochen habe, ist wirklich ein Lifesafer. Nach genügend erfolgreichen Treffern wird der nächste tödliche Schaden vermieden. Bedeutet, wenn man in Bossfights ist, man macht immer wieder Schaden am Gegner. Und er würde einen töten, sportt man eine Kugel, die eben den tödlichen Schaden vermeidet. Man überlebt, kann eben weiterkämpfen. Das ist wirklich super nützlich und kann einen, den Bossfight, retten. Lohnt sich wirklich zu benutzen. Bekommt man auch relativ früh und zwar in Akt 3. Dafür müsst ihr zur Achtsamkeitsklippe und lauft einfach den Weg hoch. An der Stelle gab es auch mal einen Bossfight. Dann die Treppe nach oben, immer weiter. Und jetzt kommen wir in mehr Räume. Den ersten Räumen könnt ihr ignorieren, den zweiten könnt ihr ignorieren, den dritten. Aber im vierten, auf der linken Seite, gibt es so einen kleinen Altar. Ihr müsst erst natürlich die ganzen Gegner ausschalten. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr eben links hinlaufen und diese Schatulle öffnen. Und bekommt den Gegenstand raus. Um übrigens alle Raritäten benutzen zu können, braucht man drei Slots. Den dritten Slot bekommt man in Akt 3 in der Basis, die man auch freischalten kann. Dazu habe ich auch ein komplett separates Video gemacht. Da gibt es einen Boss am Schluss oder eher gesagt den Schmied. Den kann man herausfordern. Und wenn man den besiegt, der ist schon wirklich ordentlich. Bekommt man zum Beispiel eine Rüstung. Man bekommt auch eine Verwandlung. Aber eben auch den dritten Slot bei den Raritäten. Und wenn man es schafft, hat man auf jeden Fall hier dann schon einen richtig guten Vorteil. Weiter geht's mit dem Gefäßen. Was ihr euch unbedingt holen solltet, ist der Windzähmer. Der ist nämlich ultra nützlich. Kann man schon in Akt 2 bekommen. Sehr früh im Spiel. Wenn man den benutzt, kann man eben Bosse kurz in ihren Angriffen unterbrechen. Sie taumeln nach hinten. Er erlaubt eben einen auch wieder mehr Schaden zu machen. Und gleichzeitig bekommt man eine Schadensreduktion. Bedeutet, man bekommt selber vom Boss weniger Schaden ab. Und überlebt ebenso leichter. Bekommt man wie gesagt schon in Akt 2. Und zwar im geheimen Gebiet. Am Schluss muss man einen Käferboss ausschalten. Und wenn man den eben erfolgreich besiegt hat, dann bekommt man den Windzähmer. Wie er zu diesem Käferboss kommt. Der ist übrigens auch in dem geheimen Gebiet in Akt 2. Habe ich euch ja schon gerade beim Tiger Hufu gezeigt. Bei der Rarität, wie er reinkommt. Über diese Schweinequest. Wer das jetzt nicht gesehen hat, sollte ein bisschen zurückspulen. Weiter geht's mit den Geistern. Da habe ich zwei sehr gerne verwendet. Bekommt man auch direkt am Anfang. Nummer 1 wäre der wandelnde Schatten. Man verwandelt sich in diesen grünen Boss. Und schlägt seinen Kopf auf den Boden. Das macht guten Schaden. Und das richtig geile. Bosse werden unterbrochen. Und können auch zurück auf den Boden fallen. Was einem natürlich ermöglicht, weiter Schaden an ihnen zu machen. Das finde ich wirklich absolut genial. Und deswegen habe ich sehr gerne mit dem wandelnden Schatten gespielt. Außerdem wird noch die Verteidigung beträchtlich erhöht. Um glaube ich 20 Punkte. Und gerade am Anfang ist man dann eben nochmal ein bisschen defensiver unterwegs. Bekommt man wie gesagt in Akt 1 außerhalb des Waldes, heißt der Schrein, einfach den grünen Boss töten. Leider kann man den verpassen, wenn man glaube ich bei diesem goldenen geheimen Boss ankommt. Den oder gekillt hat oder eben Akt 1 abschließt. Irgendwie verschwindet leider dieser grüne Kopf. Das habe ich auf jeden Fall von euch gehört. Wer ihn eben verpasst hat, ist nicht schlimm. Denn in Akt 2 bekommt man den nächsten richtig geilen Geist. Und zwar den Tiger Lakai. Den habe ich ab Akt 2 dann benutzt. Erhöht moderat den kritischen Trefferschaden. Insgesamt um 10%. Das ist wirklich cool. Außerdem holt eben dieser Geist zu einem Katana Slash aus. Zu so einem Schlag. Und der unterbricht die Gegner eben auch. Sie können dort auch auf den Boden fallen. Man kann weiter an ihnen Schaden machen. Und das finde ich einfach wirklich extrem nützlich. Außerdem empfehle ich euch natürlich am Schrein immer die Geister zu verbessern. Sie sind dann schneller wieder ready. Die Animation zum Beispiel bei diesem Tiger Lakai ist auch schneller. Es dauert nicht mehr so lange bis er zuschlägt. Und das ist auch sehr nützlich. Denn wenn die Animation zu lange dauert, kann man natürlich auch selber getroffen werden. Der Angriff wird unterbrochen und geht nicht raus. Deswegen auf jeden Fall immer schauen, dass ihr die Geister upgradet, die euch gefallen. Den Tiger Lakai bekommt ihr übrigens in Akt 2 beim Tempeleingang. Ihr müsst den Tiger Boss besiegen. Wenn ihr da nicht weiterkommt, habe ich auch ein Boss Guide Video dazu. Wie man ihn super easy besiegen kann. Dahinter kann man weiterlaufen. Über so eine erste kleine Brücke. Dann kommen hinten ein paar Gegner. Die muss man besiegen, um die Tür zu öffnen. Man kann weiter ein Buckel hochlaufen. Kommt nochmal über eine kleinere Brücke. Dann geht es runter. Und dann kommt die dritte Brücke. Und dort gibt es einen Bossgegner. Und wenn ihr den besiegt, dann bekommt ihr den Tiger Lakai. Weiter geht es mit der Gurde. Und natürlich auch noch die Gegenstände, die man in die Gurde dann einbauen kann. Da gibt es nämlich früh extrem gute. Nummer 1 wäre die Schallerhote Gurde des Wegbereiters. Die finde ich absolut genial. Wenn die Gurde voll ist, heilt sie euch mit einem Schluck vollständig. Bedeutet, wenn sie komplett weiß ist, ihr heilt euch, ist der komplette Lebensbalken voll. Und das finde ich wirklich extrem stark. Und bekommt sie in Akt 3. Leider kann man sie verpassen, denn man muss mit einem Pferd sprechen. Das findet man das allererste Mal in Akt 1. Hinterm Hügel kann man links reinlaufen und kann das erste Mal mit diesem Pferd sprechen. Dann in Akt 2 beim Dorfeingang auf der linken Seite, wo so ein Hundeboss ist, kann man ebenfalls einmal das Pferd antreffen, mit ihm sprechen. Und wenn man das gemacht hat, kann man ihn eben auch in Akt 3 finden. Und zwar am Tempeleingang. Dort einfach geradeaus durchlaufen, durch das erste Haus durch. Danach geht es links die Treppe hoch. Dann links wieder die Treppe runter in das Gebäude rein. Im Gebäude die Treppe nach oben. Hinten raus rechts halten. Und dann heißt es eigentlich nur noch so hinten rechts in der Ecke steht eben dieses Pferd an einem Pfahl. Oder an einer Säule eher gesagt. Und da kann man auch nochmal mit diesem Pferd interagieren. Und es hat mir hier dann eben die Gurde gegeben. Weiter geht es mit den Tränken. Die kann man ja dann in die Gurde einlassen. Und hier benutze ich die Jade-Essenz. Finde ich nämlich extrem stark. Jeder Schluck gibt 36% des maximalen Lebens. Und eine moderate Menge Mana wieder. Jedes Mal, wenn ihr euch heilt, bekommt ihr auch Mana. Ihr könnt eben öfters zaubern. Und ich finde, Zauber sind im Spiel einfach extrem stark. Und wenn man die eben doch ein bisschen öfter wirken kann, bevor man wieder rasten muss, ist das meiner Meinung nach extrem stark und nicht verkehrt. Die bekommt ihr übrigens in der Nähe vom Wald der Wonne in Akt 3. Wenn ihr dort seid, einfach durchlaufen den Weg weiter entlang. Und irgendwann kann man auf der linken Seite runterlaufen. Ihr folgt einfach diesem Weg. Und ihr kommt dann an einem weiteren Schrein an. Türme des Karmas. Und dann lauft einfach hinten rechts ums Eck. Da wartet so ein Pflanzenboss auf euch. Und hinten auf einem Tisch steht dann eben die Jade-Essenz. Zwei richtig starke Mixturen gibt es auch noch. Ich fange mit der unteren an. Und zwar dem Tiger Relikt erhöht die kritische Trefferchance moderat. Das sind 5% mehr kritische Trefferchance. Und das schon in Akt 2. Denn dort kann man das Ganze finden. Und so kommt man doch relativ schnell auf 15, 20, 25% kritische Trefferchance. Und grittet dann doch relativ häufig und holt eben mehr Schaden raus. Die Bosse sind schneller tot. Wo bekommt ihr das Tiger Relikt her? Es ist richtig gut versteckt. Und zwar müsst ihr den Tigerboss getötet haben am Tempeleingang. Aber auch oben bei der Windruhebene links den Steinboss. Denn dann bekommt ihr eben diese Maske. Und ihr könnt dann hinter dem Tigerboss eben die einlassen. Und ihr könnt den Keller öffnen. Und ihr könnt durch den Keller durchlaufen. Immer weiter durch. An einer Stelle kommen viele kleine Gegner. Und danach könnt ihr eine Sandrutsche runterrutschen. Und wenn ihr beim Rutschen hüpft und danach gleich noch einen schweren Angriff drückt. Kommt ihr auf diese obere Ebene und könnt eben diesen Kasten öffnen. Und da bekommt ihr dann eben die Mixtur raus. Als zweites benutze ich dann noch die Schildkrötenträne. Stellt bei vollem Leben eine moderate Menge Mana wieder her. Und gerade auch durch die Jade Essenz. Dann noch durch die Mixtur. Die Schildkrötenträne bekommt man doch relativ schnell Mana wieder zurück. Und kann öfters den Lähmzauber machen. Vielleicht auch ein zweites Mal ins H genau rein starten. Ohne rasten zu müssen. Und das finde ich wirklich extrem cool. Die Schildkrötenträne bekommt ihr in Akt 3. Hierzu müsst ihr zum nördlichen Ufer des Bittersees. Und lauft in die rechte hintere Ecke einfach komplett durch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht das gleich. Wenn auch dieses kleine Wildschwein an eurer Seite ist. Dann könnt ihr hinten auf der rechten Seite interagieren. Es kommt ein Boss. Und danach lässt sich Schildkrötenträne diese Träne eben fallen. Und ihr geht dann wieder zum Wegschreien. Direkt vor der Schildkröte liegt die Träne auf dem Boden. Wenn ihr damit nicht interagieren könnt, müsst ihr erst Kapitel 3 abschließen. So war es bei mir. Ich bin dann hin, konnte auch eben interagieren. Und dann hat sie eben auch die Träne fallen lassen. Auch wieder eben kurz vor dem Schreien. Direkt unter der Schildkröte liegt sie einfach aufnehmen. Nun kommen wir zu den Waffen. Da kann ich euch ein paar empfehlen. Mit denen habe ich sehr gerne gespielt. Nummer 1 ist der Steinstab mit Wolkenmuster. Der hat einen coolen einzigartigen Effekt. Erhöht moderat den Schaden, den aufgeladene schwere Angriffe verursachen. Und ich spiele eben sehr gerne mit aufgeladenen Angriffen. Die machen verdammt guten Schaden. Wer meine Videos auch gesehen hat, beginne ich ja immer so eigentlich die Bosskämpfe. Und den bekommt man schon in Akt 2 sehr früh. Wenn man beim Sturmwindversteck ist, also der Wegschreien und der Steinruhebene, kann man 6 Buddha-Augen finden. Wer da genauere Infos haben möchte, schaut gerne mein Video zu Akt 2 ein an. Da zeige ich es im Detail. Und wenn man dann eben alle 6 Augen hat, kann man eben bei der Steinruhebene auf der linken Seite, wo der erste Steinboss war, noch einen zweiten eben aktivieren. Und wenn man den gekillt hat, dann hat man eben diesen Stab frei und kann sich herstellen. Dann einen Tick später kann man eben, oder dann einen Tick später in Akt 2 tötet man die Ratte. Anfang Akt 3 kann man dann den Rattenweiserstab herstellen. Und das Coole eben hier, der Angriff ist um 66, also man hat 66 Punkte Angriff. Das geile 7% kritische Trefferchance finde ich richtig cool. Und dann eben hier, also die vierte Aktion, der leichten Angriffskombo und Stabwirbel, aber die leichte Angriffskombo benutze ich immer gerne, können einen Sandwirbel erzeugen, der die Angriffsreichweite und den Schaden erhöht. Muss eben am besten die Angriffskombo komplett durchbringen, die leichte. Und dann hat man hier einen Vorteil. Finde ich wirklich extrem cool. Weiter geht es dann mit dem Klang-Yin-Stab. Sobald man in Akt 3 diesen Eisdrachen oder Donnerdrachen eher gesagt gekillt hat, kann man eben sich diesen Stab herstellen. 70 Angriffspunkte, kritische Trefferchance bei 6%. Der straffende Hagel fügt den Gegnern Schockschaden anstatt Flächenschaden zu. Und das ist im Fundament bei der leichten Angriffskombo ist das eben ein Punkt. Und damit habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Wenn ihr dann in Akt 4 seid, sehr früh den ersten Spinnenboss getötet habt, könnt ihr euch die erste Spinnenwaffe herstellen. Und ihr habt hier 80 Angriffspunkte, 5% kritischen Trefferschaden und hat auch noch einen coolen Bonus, dass man sich so ein bisschen stellt. Bei erfolgreichen Treffern mit einem aufgeladenen schweren Angriff für jeden verbrauchten Fokuspunkt eine kleine Menge Leben wieder her. Man kann sich da ein bisschen heilen. Wenn man dann auch in Kapitel 4 ein bisschen weiter ist, kann man den nochmal verbessern. Hat dann 90 Angriffspunkte und 10% kritische Trefferchance. Und was es auch noch gibt in Akt 4, wenn man da schon glaube ich fast am Ende ist, kann man sich dann hier diesen goldenen, ich weiß gar nicht wie man es ausspricht, Longstab herstellen von den 4 Drachen. Man muss 4 Drachen töten. Einen in Akt 1, Akt 2, Akt 3 und in Akt 4. Ich habe da schon ein separates Video gemacht, ist ein bisschen mehr zu erledigen. Schaut gerne in mein Akt 4 Video rein, wo ich euch das Ganze zeige. Und wenn man hier gerne mit der Säulenhaltung spielt, bekommt man noch einen coolen Bonus, wo so ein Drache dann vom Himmel runterzischt, wenn man eben 3 oder 4 Fokuspunkte beim schweren Angriff verbraucht. Hat außerdem 108 Schadenspunkte und ist eben der erste mythische Stab, den man herstellen kann und ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, wenn ihr was cooles gefunden habt, was sich wirklich lohnt zu spielen, bin ich echt gespannt. Und ansonsten, wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie auch in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.